Im Gespräch Eine Sendereihe von Renata Schmidkunz Zu der Sie Birgit Dahlheimer herzlich begrüßt. Gibt es eine israelische Nation? Natürlich. Und gibt es eine jüdische Nation? Nein, natürlich nicht. Wir müssen entscheiden, wer wir sind, was wir wollen und wohin wir gehören. Oder wir werden zu einem permanenten Status der Unstetigkeit verdammt sein. Diese Zeilen schrieb der israelische Friedensaktivist Uri Avneri in Reaktion auf das Nationalstaatsgesetz Israels Anfang August in einem Artikel. Es sollte sein letzter sein. Uri Avneri, 1923 als Helmut Ostermann in Beckum bei Hannover geboren, war zehn Jahre alt, als er mit seinen Eltern, den beiden Schwestern und dem Bruder ins damalige Palästina einwanderte. Mit 14 wurde er Mitglied der militanten Untergrundorganisation Irgun, die mit Sabotageakten gegen die britische Mandatsherrschaft und die arabische Bevölkerung kämpfte. Im Unabhängigkeitskrieg von 1948 wurde Uri Avneri schwer verwundet. Die Erfahrungen dieses Krieges ließen ihn mit 25 Jahren zum Friedensaktivisten werden. Es folgten Jahrzehnte der Arbeit als Journalist mit der von ihm herausgegebenen Zeitung Haulam Hase, zu deutsch, diese Welt. Avneri schrieb gegen das Establishment, gegen Ungerechtigkeit, gegen die Durchsetzung von nationalen Interessen mit militärischen Mitteln, was ihm immer wieder harsche Kritik in Israel einbrachte einerseits und in andererseits zum Star der europäischen Friedensbewegung werden ließ. Zwischen 1965 und 1981 war er in drei Legislaturperioden Parlamentsabgeordneter in der Knesset. 1993 gründete er gemeinsam mit Gleichgesinnten die Friedensinitiative Gush Shalom. Ihre Ziele sind die Beendigung der seit 1967 bestehenden Besatzung des Westjordanlandes, die Errichtung eines unabhängigen Palästinenserstaates und die Sicherung für beide Völker. 70 Jahre seines Lebens setzte Uri Avneri sich für diesen Frieden ein. Für seine Arbeit erhielt er viele Preise, unter anderem 2001 gemeinsam mit seiner Frau Rachel den alternativen Nobelpreis. Er glaubte an den Frieden und auch daran, dass er ihn noch erleben würde. Pessimisten erreichen nie etwas, sagte er immer wieder und man muss Optimist sein, um zu kämpfen. Kommenden Monat wäre er 95 Jahre alt geworden. In der Nacht auf den 20. August ist er gestorben. Renata Schmidkunz hat Uri Avneri vor zehn Jahren anlässlich seines 85. Geburtstages in Tel Aviv zum Gespräch getroffen. Als ich Ende Juli dieses Jahres in Tel Aviv am Eingang des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Call Israel, zu deutsch die Stimme Israels, auf ihn wartete, war ich erstaunt, wer mir da pünktlich wie die Sonnenuhr entgegenkam. Ein Mann, den man maximal auf 60 schätzen würde, frisch und elastisch, wie eine Feder, mit einer Ausstrahlung, die Klarheit bringt. Heute hören Sie Renata Schmidkunz im Gespräch mit dem israelischen Journalisten, Friedensaktivisten, Schriftsteller und Politiker Uri Avneri im Jahr 2008. Herr Avneri, neben allen anderen Problemen, die Israel zu bewältigen hat, ist das Land in den letzten Jahren von einigen Korruptionsskandalen erschüttert worden. Und das hat nicht nur das Ansehen von Politikern in Israel selbst, sondern auch in der Welt etwas mit Fragezeichen versehen. Nun kann man sich nach den Gründen für diese Skandale fragen oder man kann sagen, naja, endlich ist Israel ein ganz normales Land geworden. Welche Möglichkeit dieser beiden würden Sie vorziehen als Antwort? Es ist ein normales Land, aber ein zu normales Land. Man sagte mal früher, bis wir nicht jüdische Diebe und jüdische Huren haben, werden wir kein normales Volk sein. Und jetzt sind wir ein sehr normales Volk geworden. Ist das gut oder schlecht für Sie? Korruption ist immer schlecht. Ich war 40 Jahre lang Chefredakteur eines Magazins, das ist eines ihrer Hauptaufgaben betrachtet hat, gegen die Korruption zu kämpfen. Und damals war die Korruption noch klein im Vergleich zu dem, was heute passiert. Andererseits ist Israel ein Land, das eigentlich von seiner Gründung her einen sehr hohen moralischen Anspruch immer gestellt hat an seine Bürgerinnen und Bürger, an die Politikerinnen. Also man hatte immer das Gefühl oder es war vielleicht der Selbstanspruch an die Israelis, dass man was ganz Neues ist, was ganz anderes, eine gerechte Gesellschaft. Wir waren es einmal, lange vor der Staatsgründung. Bevor der Staat ausbrach, wie man bei uns sagt, war es wirklich eine moralische Gesellschaft und die politische Führung war puristisch. Er hat sich die kleinsten Korruptionen geduldet. Aber seit der Staatsgründung ist das mehr und mehr Heuschelei. Die alten Parolen sind geblieben, aber die haben den Kontakt mit der Wirklichkeit verloren. Meiner Ansicht nach fing das schon im Krieg von 1948 an. Im Krieg von 1948 sind gegen 750.000 Araber aus dem israelischen Gebiet geflohen oder vertrieben worden. Beides stimmt. Und man fragt sich nie, was ist eigentlich mit dem Vermögen dieser Araber passiert. Der Boden ist enteignet worden und gehört heute dem Staat. Aber die Häuser, natürlich war es eine ziemlich arme Bevölkerung, aber sie hatte eine sehr reiche Oberschicht. In Jaffa, in Haifa, in Jerusalem, allen möglichen anderen Orten. Was ist mit all diesen Zehntausenden von Möbeln, von Teppichen, von Klavieren und so weiter passiert? Sie sind einfach verschwunden. Und das ist meiner Ansicht nach die erste Sünde des Staates, dass das geduldet worden ist, dass nie jemand vor Gericht gestellt worden ist wegen diesem ungeheuren Diebstahl. Und seitdem der Staat gegründet worden ist, hat er von Anfang an eigentlich die Dimension der, ich sag mal auf Deutsch, Modesty, der Bescheidenheit, vom Anfang an verloren. Man brauchte ein neues Wort für Minister. Man hat dann das biblische Wort für Fürst genommen. Das heißt, die Minister wurden Fürsten. Sie bekamen von Anfang an vom Staat Limousinen, Wohnungen. Alles das war nicht selbstverständlich. Wir, die, wie die damals Soldaten waren und aus dem Krieg kamen, hat das von Anfang an sehr, sehr, sehr geärgert. Das war absolut nicht selbstverständlich. Es war auch nicht selbstverständlich für viele von der Führung damals. Zum Beispiel Moshe Scharet, unser Außenminister, der auch eine Zeit lang Ministerpräsident war, hatte eine Regierungswohnung bekommen in Jerusalem als Außenminister. Da hat er seine eigene Wohnung verkauft und das Geld verteilt an alle möglichen Wohlfahrtsorganisationen. Für ihn war das selbstverständlich. Aber diese Begriffe sind sehr schnell verschwunden und diese Verschmelzung von Regierung, Politik und Kapital und auch den Medien heute eine Clique sind. Dieser Anspruch auf Luxus, der als selbstverständlich gilt, dass die israelische Minister das Ganze für Selbstverständlich halten, dass sie in der ersten Klasse fliegen, dass sie in den teuersten Luxushotels im Ausland wohnen. Darüber regt man sich gar nicht mehr auf. Wir wollten etwas anderes. Und wir dachten auch, dass etwas anderes zustande kommt. Wer ist wir? Wir, sagen wir mal, die Soldaten von 1948. Wir hatten ganz andere Vorstellungen. Die ganze Welt hatte andere Vorstellungen von Israel. Der Kibbutz, das extremste Ideal von Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit, einmalig in der Welt. Aus der ganzen Welt die Leute nach Israel gepilgert, um das zu sehen. Die Gewerkschaften, die einzigartig in der Welt waren damals. Israel war ein Symbol für eine Gesellschaft, die auf soziale Gerechtigkeit bedacht ist. In der die soziale Haftung gilt. Das heißt, keiner wird zurückgelassen. Alles das hat selbstverständlich, das ist heute überhaupt nicht mehr selbstverständlich, ist alles heute privatisiert worden. Ich meine, ein Phänomen, Sie haben das selbst gerade angesprochen, das ist die Kibbutzbewegung, die ja sozusagen das Rückgrat des jungen Staates Israel gebildet hat. Und die ist ja heute auch nicht mehr das, was sie war, im Sinne von, sie ist nicht mehr so angesehen in der Gesellschaft, wie sie das einst war. Der Kibbutz ist verfallen. Es gibt kein Kibbutz mehr. Was heute Kibbutz heißt, ist ein Schatten von dem, was einmal war. Im Kibbutz bekommt man heute Gehälter. Man zahlt für Mahlzeiten. Alles undenkbare Sachen, die mit dem Ideal des Kibbutz nicht mehr sehr viel zu tun hat. Die dritte Generation, sehen Sie, die erste Generation, die Gründer der Kibbutz, war eine idealistische Generation. Ohne einen extremen Idealismus war der Kibbutz überhaupt nicht möglich. Denn der Kibbutz bedeutete Aufgabe des Familienlebens, Aufgabe der Erziehung der eigenen Kinder. Es war ein totaler Verzicht auf Privatleben. Und dazu, die Kibbutzinnen, viele Jahre lang waren blutarm, haben geschuftet in der Sonne. Leute, die aus Europa kamen und aus verwöhnten Familien. Dafür brauchte man einen Idealismus, den eine Generation zustande brachte. Die zweite Generation hat es noch so weitergeführt. Die war noch im Schwung, sagen wir mal. Und die dritte Generation hat das nicht mehr. Die dritte Generation hat weder noch diese Ideale, noch das innere Verpflichtungsgefühl. Und es bricht auseinander. Ohne diesen Idealismus geht es ja nicht. Und statt dem Kibbutz, wer ist heute die Elite des Landes? Die Kibbutzien waren eine Art Aristokratie im besten Sinne des Wortes, wie es die europäische Aristokratie vor Hunderten von Jahren mal war. Die Verpflichtung mehr als ein Privilegium. Heute betrachten sich die Nachfolger die Siedler in den besetzten Gebieten. Und das ist doch eine reine Korruption. Denn die Siedlungen stehen auf geraubtem Land. Leute werden steinreich, das vergisst man in Israel und im Ausland. Sehr viele Leute werden steinreich durch diese Siedlungen. Denn sie bekommen von der Regierung das gestohlene Land für umsonst oder beinahe umsonst. Sie verkaufen das gestohlene Land für teures Geld. Leute machen Milliarden durch diese Siedlungen. Es ist alles etwas anders. Wobei die Kibbutz-Bewegung selbst wehrt sich dagegen, dass die Siedler ihre Nachfahren wären. Das muss man auch sagen. Ja, sie wollen damit nichts zu tun haben. Weil ich würde sagen, dass sie die Erinnerung oder das Andenken an den Kibbutz nachträglich beschmutzt. Denn wenn die Leute behaupten, diese Siedler behaupten, sie wären die Nachfolger von dem Kibbutz, dann denken die Leute an einen Kibbutz, der so aussieht wie die heutigen Siedlungen. Und der Kibbutz war das nicht. Und die Generation, zu der ich gehöre und die sich noch an den Kibbutz erinnert, wie er mir wirklich war, die wehren sich dagegen, dass diese Leute behaupten, die Nachfolger sind etwas ganz was anderes. Wobei ja, man kann auch sagen, von arabischer Seite habe ich auch schon zu hören bekommen, die Kibbutz-Bewegung auch in den frühen Tagen war im Grunde Aneignung von Land, das ihnen nicht gehört hat. Also von arabischer Seite hat die Perspektive auch gestimmt damals. Ja, man muss unterscheiden zwischen objektiver Geschichte und subjektiver Geschichte. Damit meine ich, was haben die Leute sich vorgestellt, was haben sie gedacht und gefühlt, als sie das taten, was sie getan haben. Und wie sieht das objektiv gesehen heute, wenn man zurückblickt, aus? Der Kibbutz war eine unglaubliche idealistische Bewegung, ich würde sagen selten in der Geschichte der Menschheit. Aus den Grünen, die ich schon gesagt habe. Aber die Kibbutzien waren auch militärische Einheiten. Die Kibbutzien haben arabisches Land, ich würde nicht sagen enteignet, das ist etwas komplizierter. Und diese Kompliziertheit erklärt auch dieser Abgrund zwischen den Narrativen der beiden Seiten, die genau dieselben Geschehnisse und Ereignisse vollkommen anders sehen, als ob sie auf zwei verschiedenen Planeten passiert wären. Auf der israelischen Seite werden sie immer hören, das lernen unsere Kinder in den Schulen, wir haben jedes Quadratmillimeter von Boden gekauft, vor 1948. Wir haben nie Boden enteignet, wir haben allen Boden gekauft. Und das stimmt auch. Die Frage ist, von wem haben wir sie gekauft? Im Grunde gehörte der Boden dem türkischen, dem ottomanischen Sultan. Als der Sultan pleite war, am Ende des 19. Jahrhunderts, hat er den Boden verkauft an Großkapitalisten, die nie den Boden bearbeitet haben und auch nie dort waren. Sie waren abwesende Besitzer. Sie wohnten in Jaffa oder in Beirut oder in Monte Carlo. Und auf dem Boden saßen aber diese Verlachen, die Leute, die seit Generationen, seit Jahrhunderten diesen Boden bearbeitet haben. Jetzt haben die Zionisten den Boden gekauft mit sehr gutem Geld, denn natürlich die Preise stiegen sofort, als man den Boden haben wollte. Und dann hat man die Verlachen von diesem Boden mithilfe der türkischen und später der englischen Polizei vertrieben. Das heißt, beide Seiten haben recht. Sie haben recht, dass wir den Boden gekauft haben mit teurem Geld, dass man Pfund nach Pfund von armen Juden der Welt gesammelt hat. Alle, wir als Kinder, haben so Münzen in diese Büchsen gesteckt, um Boden zu erlösen, hieß das. Von der arabischen Seite sieht das ganz anders aus. Man hat uns vertrieben von dem Boden, von dem wir gelebt haben, von dem unsere Vorfahren für Generationen bearbeitet haben. In dieser kleinen Geschichte haben Sie die ganze Tragik des Konfliktes, der von beiden Seiten aus ganz verschieden aussieht. Ich möchte ja gerne nachher noch auf die Mythen zu sprechen kommen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch in deiner Geschichtswahrnehmung. Also welche Mythen werden auf beiden Seiten genährt? Vielleicht darf ich vorher noch mal einen Schritt zurück machen in Ihre eigene Lebensgeschichte. Jetzt sind Sie seit 60 Jahren, also seit der Staatsgründung, damit beschäftigt, Ihren Staat, für den Sie ja selbst mit der Waffe in der Hand gekämpft haben gegen das britische Mandat, damals bei Irgun, dieses Land zu kritisieren, Ihren Staat zu kritisieren. Wie ist das, Herr Afnir? Kommt diese Kritik aus einer unstillbaren Liebe zum Land und zu dieser Idee von Israel? Oder sind Sie hier nie wirklich heimisch geworden? Warum haben Sie sich nicht diesen politischen und auch ideologischen Mainstream einfach eingefügt? Ich bin sehr heimisch in diesem Lande. Ich gehöre zu einer Generation, die im Krieg von 1948 gekämpft haben. Ich bin im Krieg schwer verwundet worden. Ich gehöre zu einer Kommandotruppe, die ziemlich berühmt worden ist. Die hieß Simson Füchse. Ich habe auch ein paar Bücher darüber geschrieben. Der Staat Israel ist während dieses Krieges, in der Mitte des Krieges gegründet worden. Er ist nicht von Politikern gegründet worden. Er ist gegründet worden von den Soldaten, die unsere Gesellschaft vor Vernichtung bewahrt hat und die es ermöglicht hat, eine Stadt zu gründen. Darum betrachteten wir uns immer, ich betrachte mich immer noch, als der eigentliche Eigentümer dieses Staates. Denn wir haben mit unserem Blut dafür bezahlt. Und darum nehmen wir nicht an, was da ist, als unabwendbar und als natürlich. Junge Leute, die heute im Lande geboren sind, deren Eltern schon im Lande geboren sind, die nehmen alles an, weil es ist nun mal so. Wir, die Alten, haben nicht dieses Gefühl. Aber ich glaube, dieses Gefühl, dass ich habe, dass der Staat nicht das ist, was wir haben wollten und nicht das ist, wofür wir gekämpft haben. Ich glaube, es gibt sehr viele Israelis, die daran teilhaben, an diesem Gefühl. Sie waren der Erste, Herr Avneri, der Kontakt mit Arafat aufgenommen hat. Und Sie halten auch bis heute den Kontakt mit den Palästinensern. Sie lassen sich einfach sozusagen ideologisch nicht abtrennen von diesen Gesprächspartnern. Das hat Ihnen international im deutschsprachigen Raum, aber in der ganzen Welt auch einen guten Namen eingebracht. Im eigenen Land sind Sie manchmal eher angefeindet. Also da empfindet man Sie vielleicht auch schon mal als Verräter. Wie gehen Sie denn mit diesen Reaktionen der eigenen Landsleute um? Gott, ich betrachte das als eine natürliche Reaktion. Denn ich tue den Leuten etwas an, was eigentlich das Schlimmste ist, was man überhaupt jemandem antun kann. Nämlich, jeder Mensch und jede Gesellschaft lebt in einer Welt von Begriffen, vereinfachten Begriffen. Und diese Gestalt braucht man, um Sicherheit, innere Sicherheit zu bekommen. Man weiß, ein Tisch ist ein Tisch, ein Stuhl ist ein Stuhl und die Wand ist die Wand. Und in dieser Sicherheit kann man existieren. Es kommt jemand und sagt, der Tisch ist überhaupt kein Tisch. Es ist ganz was anderes und der Stuhl ist kein Stuhl. Es erschüttert die innere Sicherheit. Das ärgert und das macht einen wütend. Und es gibt bei uns einen Witz, was der Unterschied zwischen einem Psychoten und einem neurotischen Menschen. Ein psychotischer Mensch sagt, zwei und zwei sind fünf. Ein neurotischer Mensch sagt, zwei und zwei sind vier. Aber es ärgert ihn. Und wir sind heute, wir haben zustande gebracht, dass wir von diesem psychotischen in einen neurotischen Zustand gekommen sind. Und Leute wissen schon im Grunde, dass wir recht haben. Die Leute wissen, wir brauchen einen Frieden mit den Arabern. Und einen Frieden mit den Arabern bedeutet, dass das palästinensische Volk mit seinen vollen Rechten anerkannt wird. Ich bin etwas früher zu dieser Erkenntnis gekommen. Ich war schon vor dem Krieg von 1948 überzeugt, dass die arabische nationale Bewegung existiert, dass sie nicht weggehen wird und dass wir uns mit dieser arabischen nationalen Bewegung verbinden müssen. Aber im Krieg bin ich zu einer totalen Überzeugung gekommen. Ich war dabei. Ich war, wie gesagt, in einer Kommandotruppe, die mobil war. Und darum habe ich von dem Krieg viel mehr gesehen als die meisten Soldaten. Ich habe gesehen, was mit der Bevölkerung passiert ist. Ich habe gesehen, wie Dutzende von arabischen Dörfern entleert worden sind. Und ich bin aus dem Krieg herausgekommen mit der vollkommenen Überzeugung, erstens, dass es ein palästinensisches Volk gibt, dass wir mit dem palästinensischen Volk einen Frieden machen müssen und dass dieser Frieden nur auf einer Koexistenz von zwei Staaten, Israel und Palästina, existieren kann. Und das habe ich dann seit 1949 von allen möglichen Bühnen, vor allem in meinem eigenen Nachrichtenmagazin, jede Woche propagiert. Und die Leute sind in diesem Lande, in diesem Staat sind nur sehr, sehr langsam und nur unter ungeheurem Druck schrittweise zu dieser Überzeugung gekommen. Und noch Anfang der 70er Jahre hat Golda Meir, unsere damalige unglückselige Ministerpräsidentin, gesagt, es gibt nicht so etwas wie ein palästinensisches Volk. Es hat viele Jahre gedauert. Ich habe in meinem Leben Hunderte, vielleicht Tausende von Stunden damit vollbracht, meinen eigenen Landsleuten davon zu überzeugen, dass es ein palästinensisches Volk überhaupt gibt und dass man darum mit dem palästinensischen Volk Frieden machen muss. Wir sind heute so weit, dass das allgemein anerkannt ist. Und in der Theorie jedenfalls alle Leute mehr oder weniger wissen, dass wir einen palästinensischen Staat neben Israel brauchen und dass wir einen Frieden zwischen diesen beiden Staaten brauchen. Aber der ärgert einen. Aber das heißt, Sie gehen damit so um mit dieser Ablehnung oder mit der Unterstellung, Uri Avner ist ein Landesverräter, auch wenn das von Ihnen ja niemand sagen kann, weil Sie ganz ordentlich in der Armee gedient haben und als Patriot sich ja auch unter Beweis gestellt haben. Sie gehen damit so um, dass Sie sagen, das ist Unwissenheit. Das ist Unwissenheit bei den Menschen oder Angst. Und das trifft mich persönlich nicht. Das trifft Uri Avner nicht persönlich. Ich habe mich dagegen abgeschirmt, erhärtet, kann man sagen. Es stört mich heute überhaupt nicht. Ich gehe auf der Straße und Leute kennen mich vom Fernsehen und so. Und Leute kommen auf mich zu und drücken mir die Hand. Und Leute kommen auf mich zu und beschimpfen mich. Und ich will sagen, in dieser Hinsicht bin ich eine Art Thermometer für die Volksstimmung. Denn es gibt Zeiten, in denen ich sehr viel Hass begegne und sehr wenig Zustimmung. Und Zeiten wie heute, wo ich viel mehr Zustimmung sehe als Hass. Als ich Arafat zum ersten Mal in Belagerten bei Rot getroffen habe, 1982, da war Hass da, massenhaft. Und Gott, es gehört eben dazu. Was ist Ihnen da passiert, als Sie zurückkamen? Vier Minister haben gefordert, mich wegen Hochverrat vor Gericht zu stellen. Die Regierung hat beschlossen, eine Untersuchung gegen mich einzuleiten. Ich bin verhört worden und so weiter. Und danach hat der Generalstaatsanwalt, der ein netter Mann war, offiziell beschlossen, dass ich kein Gesetz gebrochen habe. Und darum hat das keine weiteren Folgen gehabt. Ich habe einen Attentat auf mein Leben gehabt, auch das war ein paar Jahre vorher, nachdem ich angefangen habe, mit der PLO Kontakte aufzunehmen und das nach einiger Zeit auch öffentlich geworden ist. Es gibt einen Spruch von Thierder Herzl, ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. Und es gibt die, sage ich jetzt mal, ideengeschichtliche Umfeld von Herzl und seinen Zeitgenossen, das war der Nationalismus des 19. Jahrhunderts und auch der Kolonialismus des 19. Jahrhunderts. Glauben Sie, dass man das heute überwunden hat? Sehen Sie, der Zionismus ist am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, und zwar als Reaktion auf die nationalen Bewegungen, die damals in ganz Europa populär geworden sind und die alle mehr oder weniger antisemitisch waren. Die Juden wollten sich ja größtenteils, wollten sich assimilieren in den Völkern Europas, in Deutschland und Frankreich. Und als die Juden gemerkt haben, dass das unmöglich ist, weil diese neuen nationalen Bewegungen überall nicht bereit waren, Juden als Volksgenossen anzunehmen, da entstand der Zionismus als eine Art, ich würde sagen, kollektiver Assimilation. Wenn ihr alle national werdet und uns nicht haben wollt, dann gründen wir eine eigene Nation und sagen, die Juden sind eine Nation im modernen europäischen Sinn und gründen eine nationale Bewegung. Das war der Zionismus. Das entstand in Europa als Reaktion auf europäische Gegebenheiten. Als der erste Zionist in Basel zusammentrat 1897, von den 200 und so Delegierten war vielleicht einer, ein einziger, jemals in Palästina gewesen. Auch Herzl war nie in Palästina gewesen, bis er einfach hierher kam, nur um den deutschen Kaiser zu treffen. Kaiser Wilhelm II. stand darauf, ihn in Jerusalem zu treffen. Herzl wollte gar nicht herkommen, er konnte Palästina nicht leiden. Und als er hier war, um den Kaiser zu treffen, und war ein paar Tage hier und dann ist er geflohen, hat er in einem privaten Brief einem Freund geschrieben, Palästina ist nicht für uns Juden, denn wir sind Europäer und das Klima ist nicht für Europa. Heute, in dem Klima von heute werden Sie vielleicht sagen, dass er recht gehabt hat. Erst als die Zionisten anfingen, nach Palästina zu kommen und hier die ersten sogenannten Kolonien gegründet haben, merkten sie, dass das Land bevölkert war. Es war hier ein Volk. Es waren hier damals gegen 500.000 Araber, die zu diesem Lande gehörten. So entstand der Konflikt. Der Zynismus entstand in totaler Ignoranz der lokalen Bevölkerung. Vielleicht könnte man sagen, die Zynisten waren Europäer, Europäer des Ende des 19. Jahrhunderts. Wie betrachteten Europäer, Deutsche, Franzosen, Engländer, schwarze, braune, gelbe, rote Menschen? Es waren so Halbmenschen. Es war menschlicher Staub. Und darum, die Zynisten waren nichts anders. Sie betrachten, wenn sie überhaupt eine Vorstellung hatten, dass es hier eine einheimische Bevölkerung gibt, dann waren es für sie mehr, ich würde sagen, mehr ein Teil der Landschaft als ein Volk oder Mitmenschen. Darf ich da kurz einhaken, Herr Avneri? Die Artikel, die Sie auch wöchentlich veröffentlichen, man kann das ja im Internet auch auf Deutsch nachlesen, und das, was Sie über Jahrzehnte, 40 Jahre lang in Haulam Hase in Ihrer Zeitschrift geschrieben haben, Diese Welt hieß diese Zeitschrift. Was mich daran am meisten interessiert hat, war, dass Sie alles, was Sie argumentieren, jede noch so aktuelle Situation im jetzigen Israel, jeder noch so aktuelle Konflikt, den beziehen Sie immer zurück auf eine historische Situation. Also jetzt, wenn Sie sozusagen schön erklären können, in welchem Gedankengut die Zionisten nach Israel kamen, ist das wichtig, um heute zu verstehen. Weil die Leute heute das völlig verinnerlicht haben und gar nicht mehr nachdenken darüber, wie sie zu ihren Gedanken überhaupt kamen. Und jetzt ziehe ich den Schluss daraus, um bei Verstand zu bleiben und nicht in ideologisierte Erklärungsmuster zu verfallen, braucht man ein sehr gutes Wissen um die Geschichte. Stimmt das? Absolut ja. Absolut ja. Sehen Sie, wie wir vorhin gesagt haben, eine der schlimmsten Eigenschaften dieses Konfliktes, vielleicht jedes Konfliktes, aber hier noch mehr, ist, dass die beiden Seiten des Konfliktes ein vollkommen verschiedenes Bild haben von dem, was passiert ist. Die Narrativen der beiden Seiten schließen sich gegenseitig aus. Und wenn man das ausschließt, die andere Seite, die Gefühle, die Hoffnung, Aspirationen, die Gedankenwelt der anderen Seite, dann versteht man ja auch nicht, was die andere Seite tut. Und wenn heute ein Araber in Jerusalem einen Traktor nimmt und Leute umbringt, dann ist das unverständlich. Man denkt, was sind das für komische Menschen? Das sind doch überhaupt keine Menschen. Das sind doch Tiere. Dieses Tier ist für Araber im Allgemeinen und Palästinenser und Libanesen besonders ein Nationalheld. Für Israel ist es unverständlich. Wie kann der Mann gefeiert werden? In allen arabischen Fernsehstationen eingeladen werden von arabischen Präsidenten und so weiter. Das ist unverständlich, weil die beiden Seiten total verschiedene Begriffe haben. Jeder Krieg erzeugt Hass und Verachtung und Stereotipen und Vorurteile und Angst, besonders Angst von der anderen Seite. Aber in einem Krieg muss man Frieden machen. Und darum ist das Frieden machen so furchtbar schwer, weil man über psychologische Hemmungen und Hindernisse überwinden muss. Und damit gebe ich mich schon seit vielen Jahren ab, nicht nur Sachen zu beschreiben, sondern die Terminologie zu verändern, die Grundbegriffe zu verändern. Und das kann man nur, wenn man auch in die Geschichte zurückgeht und zeigt, wie ist dieser Konflikt überhaupt entstanden. Wissen Sie, eine Stereotype, die ich in vielen Jahren Israel immer wieder zu hören bekommen habe, war, we have no partner for peace, wir haben keinen Partner für den Frieden. Das ist sozusagen eine Stereotype, die kommt immer und immer und immer wieder, selbst von den gebildetsten, intelligentesten Menschen. Da fragt man sich doch, wieso? Sehen Sie, Sie haben genau denselben Satz auf Arabisch. Alle Araber sind überzeugt, sie haben keinen Partner für den Frieden. Solche Vorstellungen sind auch ein Produkt des Krieges, ein Produkt des Konfliktes. Denn in einem Konflikt kann man die anderen Seite nicht als normale Menschen betrachten. Der Feind ist der Feind, es ist eine unmenschliche Gestalt, eine amorphe, unmenschliche Gestalt. Das ist in jedem Krieg so. Und mit so einer Gestalt kann man doch nicht Frieden machen. Das ist das Grundproblem von Friedenstiftung, wenn es nicht darauf beruht, dass einer, wie im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg, eine Seite gewinnt, absolut total, die andere Seite ist unterworfen und die andere Seite muss akzeptieren, was du ihm diktierst. Und aus diesem Diktat kommt ein neuer Krieg zustande, wie nach dem Ersten Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. In einer Situation der Besatzung ist es noch viel schlimmer. Denn wenn Sie ein Land, ein anderes Volk unterdrücken, in einer Kolonie, in einem besetzten Gebiet, dann wie erklären Sie sich Ihr Recht, dieses Volk zu beherrschen und zu unterdrücken? Doch nur dadurch, dass wir sind bessere Menschen, wir sind Übermenschen und dort haben Sie Untermenschen. Das ist in jeder kolonialen Situation so. Die Deutschen, die Südwestafrika kolonisiert haben und dort Völkermord, der schlimmsten Sorte, am Anfang des 19. Jahrhunderts betrieben haben gegen die sogenannten Hottentorten, Hereros. Die konnte ich doch auch nur dadurch erklären, dass das sind Wilde, das sind Mörder, das sind unzivilisierte Menschen, wie die Indianer in Amerika und so weiter. In jeder Situation so einer Situation ist das immer so. Und unsere Besatzung, eine Besatzung, die schon 60 Jahre an dort, hat dieselben Symptome, wenn Sie sagen, die andere Seite sind Mörder. Sie morden uns ohne irgendeinen Grund, sie morden uns, weil das ihre Natur ist, weil ihre Religion, dass ihnen das vorschreibt und all diesen Unsinn. Und man kann keinen Frieden machen mit ihm, weil sie ja sowieso Lügner sind. Und jedes Wort ist Lüge. Das sind diese rassistischen Stereotypen, die sich immer verbreiten. Und wenn es Lügner sind, da kann man auch keinen Frieden machen, weil sie sowieso den Frieden nicht einhalten. Jeder Israelis wird ihnen sagen, beinahe jeder Israelis, dass die Araber alle Verträge, die wir mit ihnen gemacht haben, gebrochen haben. Die Araber sagen dasselbe von uns. Und wenn ich objektiv sein wollte, würde ich sagen, dass die Araber mehr Grund haben, das zu sagen, als wir. Denn wir haben im Prinzip beinahe alle Verträge gebrochen, wenn sie uns nicht mehr passten. Aber diese Stereotipen, die sind die Grundlage für diese Parole. Wir haben keinen Partner für den Frieden. Wenn sie nicht Menschen sind, wenn sie nicht Menschen wie wir sind, wenn sie nicht dieselben Hoffnungen und Begriffe und moralische Vorstellungen haben wie wir, dann kann man doch keinen Frieden damit machen. Und natürlich, wenn man den Frieden sowieso nicht will, aus ganz anderen Gründen, dann ist diese Struktur von Ideen und Parolen und Mythen sehr praktisch. Viele maßgebende Leute in diesem Lande wollen in Wirklichkeit keinen Frieden, wenn der Frieden bedeutet, was er ja bedeuten muss, dass die israelischen Siedlungen aus den Gesetzgebieten abgezogen werden müssen. Darum handelt es sich. Alles andere ist Mythen, Parolen und Quatsch. Propaganda. Wissen Sie, ich weiß nicht, wie Sie dazu denken, aber ich überlege mir oft, wie können die Wunden, die in dieser Zeit entstanden sind, seelische Wunden bei Menschen und aus seelischen Wunden wissen wir, werden politische Ansichten oft, ja. Aber wie können die denn geheilt werden, sodass man wirklich mal miteinander leben könnte? Wie ist das denkbar? Wenn Sie das wüssten, würden Sie... Nein, nein, wenn mich darüber gefragt würde, in Israel, dann erzähle ich immer eine Geschichte aus meinem Leben. Wie ich, acht, neun Jahre alt war, in Deutschland, vor Hitler, ich war in Hannover, Hannover war Preußen, Preußen war demokratisch regiert und in der Volksschule, in diesem sozialdemokratischen Preußen, sprach die Lehrerin einmal über das Hermann-Denkmal im Teutoburger Wald und sagte, das Hermann-Denkmal steht mit dem Gesicht zum Erzfeind. Kinder, wer ist der Erzfeind? Alle Kinder haben die Hände hoch, die Finger hoch, gesagt, Frankreich, Frankreich, Frankreich. Heute, Deutschland und Frankreich, nach hunderte von Jahren vom Krieg, sind nicht nur im Frieden, sondern viel mehr als der Frieden. Es ist heute praktisch ein Staat. Das heißt, wenn man Frieden macht, wenn man zu einem Frieden kommt, die Wunden können sehr schnell heilen. Ich glaube auch zwischen uns und den Palästinendern, es besteht zwischen uns und den Palästinendern eigentlich unglaublich wenig Hass. Wenn man bedenkt, was alles da passiert ist in den letzten 60 Jahren, in den letzten 100 Jahren, dann kann man eigentlich nur wundern, dass nicht so ein tiefer Hass zwischen den beiden Seiten besteht. Es besteht nicht. Israel hassen Araber nicht. Sie haben Angst vor den Arabern und haben eine Verachtung für Araber. Hass als solcher ist eigentlich im Grunde sehr wenig da. Auf der anderen Seite ist es noch verwunderlicher. Beinahe alle meine palästinendischen Freunde waren in israelischen Gefängnissen. Zehn Jahre, 15 Jahre, 123 Jahre. Warum sind sie meine Freunde? Weil sie alle Hebräisch gelernt haben im Gefängnis und Israel gut kennen und darum, gerade diese Leute, die so viel gelitten haben, sind heute die wichtigsten Befürworter des Friedens mit Israel. Und ich würde sagen, wenn wir zu einem Frieden kommen, einem formellen Frieden kommen, dann wird der wirkliche Frieden, der ja auf einer tieferen Ebene, auf der Ebene der Völker, der Menschen, zustande kommen muss, wird er meiner Ansicht nach sehr schnell kommen. In dieser Hinsicht bin ich sogar sehr optimistisch. Denn dieses kleine Land, in dem zwei Staaten entstehen werden, diese beiden Völker müssen sehr eng zusammenleben. Die geografischen, wirtschaftlichen Bedingungen, Sicherheitsbedingungen fordern das ganz einfach. Und darum glaube ich, dass sehr schnell etwas zustande kommen wird, wie die Europäische Union, mein Ideal ist, am Ende im Nahen Osten, so eine Gemeinschaft, wie die Europäische Union entstehen wird. Um zu einer übernationalen Gemeinschaft zu kommen, die absolut heutzutage notwendig ist und die auch sie schon langsam schon veraltert wird, weil wir eine Weltgemeinschaft brauchen und eine Weltregierung und ein Weltgesetz und ein Weltgericht. Aber man kann den Nationalstaaten nicht überspringen. Das sage ich heute über die Palästinenser, habe ich es früher über die Israelis gesagt. Wir brauchten einen israelischen Nationalstaat. Die Palästinenser brauchen einen palästinensischen Nationalstaat. Und dann als souveränes Gegenüber. Um dann als souveräner Staat größeren Gemeinschaften beizutreten. Sie sind neue Nationen, es ist ein neuer Nationalismus, der unsere und der palästinensische und die brauchen einen Nationalstaat, die brauchen ihre Fahne, die brauchen ihre Regierung, die brauchen ihren Pass. Ohne den wird es nicht gehen. Aber wenn er da zustande kommt, dann werden die Staaten sich im Grunde sehr schnell zusammenfinden in einer Gemeinschaft. Früher nannte man das Konföderation oder Föderation. Heute sind es keine modernen Begriffe. Heute hat man andere Begriffe. Man nennt es anders. Im Grunde ist es dasselbe. Herr Neri, jetzt wehrt diese Besatzung seit mittlerweile 41 Jahren nicht nur Leibovitz, der große Philosoph, hat damals schon gesagt, liebe Leute, so geht es nicht, geht es zurück, das korrumpiert Israel. Sondern mittlerweile, wie Sie auch selbst gesagt haben, weiß das eigentlich fast jeder hier in Israel und auch anderswo, dass einfach die Okkupation aufhören muss. Sie hört aber nicht auf. Die Besatzung kann nur durch einen Frieden beseitigt werden. Alle Leute, auch meine eigenen Kollegen, die von Ende der Besatzung sprechen, ohne im selben Satz zu sagen, Frieden zwischen Israel und Palästina, sprechen über eine Sache, die nicht vollziehbar ist. Nur durch einen Frieden mit den Palästinändern wird die Besatzung beseitigt werden. Weil keine israelische Regierung die Besetzten Gebiete aufgeben kann, ohne zu wissen, was dort entsteht. Und ohne Frieden zu haben mit dem Gebilde, das dort entsteht. Das ist vollkommen selbstverständlich. Die werden keine, nicht nur keine mehr, die werden auch keine Minderheit in Israel finden, die bereit wäre, wie Lebovic gefordert hat, einseitig die Gebiete aufzugeben, mit der Möglichkeit, dass am nächsten Tag Raketenwaffen fünf Kilometer vom Flughafen von Ben-Gurion aufgestellt werden. Das entschuldige, nur zum Verstehen, das heißt, die Beendigung der Besatzung müsste einhergehen mit dem Ausrufen eines palästinensischen Staates, der sich in seiner Gründungserklärung zu einem Frieden mit Israel entschließt. Genau. Diese drei Sachen, wie Sie ganz richtig sagen, Ende der Besatzung, Entstehung des Palästinensstaates und Frieden zwischen Israel und Palästina, müssen zur selben Zeit durchgeführt werden. Anders wird es nicht gehen. Sie werden keine israelische Mehrheit dafür finden und auch keine palästinennische Mehrheit, denn Palästina sind nicht bereit, Frieden mit Israel zu machen, ohne dass die Besatzung aufgegeben wird und ohne dass ein Palästinerstaat entsteht. Darum, diese drei Begriffe sind im Grunde ein und derselbe Begriff. Und aus diesem Grund hat Lebovich Recht gehabt, aber das Recht war abstrakt. Es war ein abstraktes Recht behalten, denn er hat keinen Anklang dafür gefunden bei der Bevölkerung. Er hat 100% Recht gehabt. Die Besatzung hat uns korrumpiert. Er hat recht, die Nügegründe hat er recht gehabt und ich habe ihn immer furchtbar gerne gehabt und ich habe immer gesagt, das ist der Prophet Jesaja, der Dritte. In der Bibel haben sie zwei Jesajas und er hat sich immer dagegen gesträubt, denn er wollte kein Prophet sein, denn Propheten der jüdischen Region ist das was anders. Aber er hat Recht behalten. die Diskussion zwischen Professor Lebovich und mir, wir haben sehr eng zusammengearbeitet manchmal. Der Unterschied zwischen uns damals war auf diesem einen Punkt, er hat gesagt, Frieden ist sowieso unmöglich, darum müssen wir die besetzten Gebiete aufgeben. Er war sehr pessimistisch und ich bin von Natur aus Optimist und habe gesagt, Frieden ist nicht nur möglich, sondern er ist erforderlich und die Gebiete können nur aufgegeben werden, wenn wir zu einem Frieden kommen. Es hat 60 Jahre lang gedauert, in einer Beziehung ist die Besatzung schlimmer geworden und wird täglich schlimmer, in einer anderen Beziehung vollziehen sich Prozesse, die uns einen Frieden näher bringen, denn wie gesagt, alle Israelis anerkennen heute, dass es ein palästinisches Volk gibt, beinahe alle Israelis wissen, dass wir für den Frieden die besetzten Gebiete aufgeben müssen, viele, sehr viele Israelis wissen, dass wir Jerusalem wieder teilen müssen, Barack Obama wiederholt heute, was wir seit Jahrzehnten sagen, nämlich wir hoffen, dass Jerusalem als Stadt vereinigt bleibt, aber der eine Teil der Stadt als palästinensische Hauptstadt und der andere Teil als israelische Hauptstadt, diese Ideen setzen sich durch. Jetzt noch eine Frage zu Europa, weil wir auch über die Europäische Union gesprochen haben. Was spielt denn Europa in ihrem persönlichen Bewusstsein, auch als Individuum, Uri Avnere, mit der Geschichte, die sie haben, aus Westfalen stammend und aus einem reichen Elternhaus kommend, die Eltern hier in Israel dann in einer Wäscherei gearbeitet haben und ihre ganze Lebensgeschichte, also dieser Bezug zurück zu Europa, was hat das für einen Platz in ihrem Bewusstsein? Dazu kommt ja noch, dass sie in Deutschland eine sehr geschätzte Person sind. Ich habe eine Liste hier von allen Preisen, die sie zum Beispiel allein in den letzten 15 Jahren oder 10 Jahren bekommen haben, angefangen vom Erich-Mariere-Mark- Friedenspreis der Stadt Osnabrück über den Aachener Friedenspreis, dann haben sie in Österreich den Bruno Kreisky-Preis für Verdienst um die Menschenrechte bekommen und so weiter und so fort und so fort. Also welche Rolle spielt Europa in ihrem Bewusstsein? Wie hat das auch Sie als Denker, als Verstehenwollender, als Friedensaktivist, als Bürger, als Mensch, als Ehemann geprägt? Ja, das ist eine schwere Frage zu beantworten. Ich bin mit 10 Jahren hier ins Land gekommen und in dem Augenblick habe ich Europa und besonders Deutschland von mir abgeschüttelt. Ich wollte daran noch nicht mehr erinnert werden. Ich habe in dem Augenblick angefangen, wo ich den Boden dieses Landes betreten habe. Ich glaube auch, dass was die Welt der Begriffe betrifft, Israel nicht zu Europa gehört. Wir müssen erkennen, dass wir ein Teil von Asien sind, dass wir ein Teil dieses semitischen Raums sind. Ich lehne ab, es mittleren Osten zu nennen oder nahen Osten zu nennen. Osten von wo? Für mich ist es kein Osten. Für Berlin ist es ein Osten oder für London. Aber ich habe eine sehr starke Beziehung zur europäischen Kultur. Ich erkenne europäische Geschichte. Ich habe mein Leben lang mich damit befasst. Die einzige wirkliche Diskussion, die ich jemals mit Barack, mit Erhut-Barack, gehabt habe, war über europäische militärische Geschichte, den 30-jährigen Krieg. Ich glaube, ich kenne deutsche Literatur besser als die meisten Deutsche heute. Aber es ist Ausland für mich. Es ist Ausland, der, was Kultur und Geschichte betrifft, mit uns sehr viel zu tun hat. Der Zionismus war im Grunde eine europäische nationale Bewegung. Aber ich gehöre hierher. Mein Land ist hier und unsere politische Zukunft ist hier, in dieser Gegend, in diesem Raum, in dem wir leben. Diese Idee, dass wir zu Europa gehören, ist unsinnig. Wir sind nicht Europa. Wir sind doch kein europäisches Volk. Es ist sehr schwer zu sagen, was wir eigentlich sind. Was ist Israel? Das werden Sie als Nicht-Israeli wahrscheinlich auch schon gespürt haben. Es ist sehr schwer, Israel zu klassifizieren. Wir sind nicht europäisch. Wir sind nicht arabisch. Wir sind nicht orientalisch. Wir sind auch nicht westländisch. Wir sind weder amerikanisch noch chinesisch noch russisch. Wir sind irgendetwas Besonderes, etwas von allem, so ein Cocktail. Und unser Volk ist ein Cocktail. Aller dieser Einwanderer aus all diesen Staaten, halb orientalisch, halb europäisch, 20 Prozent Araber, jetzt schon eine große Gemeinschaft aus Äthiopien, noch viel größere Gemeinschaft aus Russland. Es ist ein Cocktail. Es ist ein Cocktail, der sich noch entwickelt ist. Und das ist nicht das Ende. Und das finde ich in Israel so faszinierend. Ich glaube, wir sind ein interessantes Land und ein interessantes Volk. Man kann sich darüber ärgern manchmal. Man kann sich darüber freuen, manchmal. Aber das ist es eben. Und wenn Sie Deutsch sprechen, sprechen Sie eine Fremdsprache oder was sprechen Sie da für eine Sprache? Das ist auch etwas Komisches. Natürlich ist Deutsch meine Muttersprache. Zehn Jahre lang habe ich keine andere Sprache gesprochen. Mit 15 Jahren habe ich angefangen, Englisch zu lernen und mehr als zu lernen. Ich habe das Englische akzeptiert in meiner Gedankenwelt. Ich habe heute drei Sprachen, die ich gleichzeitig spreche. Manchmal in einem Satz. Meine Frau hat dieselbe, ist auch in Deutschland geboren, mit einem Jahr ins Land gekommen, aber spricht besser Deutsch als ich. Wir haben alle mit unseren Eltern Deutsch gesprochen. Unsere Eltern haben nie Hebräisch gelernt. Meine Schwiegermutter hat mir immer gesagt, Frau, so und so, Sie sind jetzt 50 Jahre im Land und sprechen kein Wort Hebräisch. Schämen Sie sich nicht. hat mir gesagt, natürlich schäme ich mich, aber vielleicht hat sich zu schämen, als Hebräisch zu lernen und darum sprechen wir Deutsch. Aber ich schreibe jetzt auf Hebräisch, natürlich. Ich übersetze meinen Artikel ins Englische. Ich habe eine wunderbare deutsche Übersetzerin, aber ich redigiere die deutsche Übersetzung auch selbst. Das heißt, im Grunde schreibe ich in drei Sprachen. Ich habe 50 Jahre kein Deutsch, außer mit meinen Eltern, kaum jemals Deutsch gesprochen und sicher nicht geschrieben. Eines Tages der Redakteur, der damalige Chefredakteur von Der Spiegel, Rudolf Augstein, der mit mir in einer Klasse in Deutschland war und der ein sehr ähnliches Nachrichtenmagazin gehabt habe wie meines, hat mich einige Male gebeten, Artikel für ihn zu schreiben und ich habe am Anfang Englisch geschrieben und es mit übersetzen lassen ins Deutsch und eines Tages habe ich gesagt, ich will doch mal versuchen, vielleicht kann ich doch noch Deutsch schreiben und habe angefangen, Deutsch zu schreiben und es geht mehr oder weniger. Ich spreche auch etwas Arabisch und etwas Französisch, kann Arabisch und Französisch lesen und ich glaube, das ist ein Vorteil, denn eine Sprache ist nicht nur eine Sammlung von Wörtern, es ist auch eine Gedankenwelt und ich habe sehr und ich habe sehr viel von der englischen, anglos-sächsischen Gedankenwelt aufgenommen, noch als sehr junger Mensch und sehr viel Deutsches bei mir behalten und das ist so ein Cremekuchen, eine Schicht Hebräisch und darüber eine Schicht Englisch, darüber eine Schicht Deutsch und wenn man so schneidet, hat man eine Scheibe von drei. Dann hat man eine Scheibe Uri Avneri. Herr Avneri, letzte Frage, ich möchte sie noch einmal zitieren. Das haben Sie gesagt in einer Rede in Salzburg, die Sie in Salzburg gehalten haben, 2005, da haben Sie gesagt, ich mache mir keine Sorgen über die Existenz des Staates Israel. Er wird so lange existieren, wie Staaten existieren. Die Frage ist nur, welche Art von Staat wird es sein? Und nachdem Sie ja so überzeugt sind davon auch, dass Sie das alles noch erleben werden, wie sieht denn jetzt dieser Staat dann aus, den Sie noch erleben werden, Herr Avneri? Ja, ich habe mir versprochen, am Leben zu bleiben, bis wir zu einem Frieden kommen. Hat mir mal jemand gesagt, ein Rezept für ein langes Leben. Und ja, dieser Satz, daran glaube ich auch heute noch. Ich habe wirklich keine Sorge um die Stadt Israel als solcher. Der Staat wird bestehen, das ist ein starker Staat, eine sehr starke Gesellschaft, auch eine ziemlich starke Wirtschaft. Und darüber habe ich keine Sorgen. Was mir Sorge macht, ist, was in Israel passiert ist. Von innen Prozesse im Gange sind, die zerstörend, verheerend für Israel wirken können. Und viele Staaten in der Geschichte sind zugrunde gegangen, nicht weil sie äußere Feinde hatten, sondern weil innen Verfallserscheinungen auftraten. Ich denke sehr oft an den Kreuzritterstaat, der hier im Lande bestanden hat für 200 Jahre, acht Generationen. Und ich glaube, die meisten Historiker sind heute der Auffassung, dass dieser Staat zugrunde gegangen ist, nicht weil die arabischen Staaten ihn besiegt haben, die muslimischen Staaten, Saladin, sondern weil er von innen verfallen ist. Und darum diese Korruptionserscheinungen, mit denen wir angefangen haben, machen wir so viel Sorge. Denn Israel wird ein starker Staat sein, solange Israelis in diesem Staat leben wollen. und ihr Leben in diesem Staat vollbringen wollen und ihre Karriere und ihre Familie in diesem Staat aufbauen wollen. In dem Augenblick, wo Israelis jetzt sagen, ja, aber wir können auch in Amerika leben oder in Deutschland leben und dort mehr Geld verdienen und eine größere Karriere machen, ist das eine Gefahr für Israel. Und diese Erscheinung kennen wir heute schon in Israel. Sehr viele von der israelischen Führung haben Kinder, die heute im Grunde emigriert sind. Keiner in Israel sagt, wir sind emigriert, sondern wir leben zeitweilig woanders. Aber wenn man zwei Generationen lang zeitweilig woanders lebt, das ist auch ein Grund, warum ich so stark darauf bedacht bin, zu sagen, wir sind eine israelische Nation, nicht eine jüdische, eine israelische Nation. Denn eine israelische Nation, ein israelischer Nationalismus, der hier im Lande verwurzelt ist, der erhält die israelische Gesellschaft. Wenn man sagt, es ist ein jüdischer Staat, Gott, man kann ein Jude sein überall, man kann ein Jude sein in Frankfurt, man kann ein Jude sein in Los Angeles und Florida, man kann ein Jude sein in Moskau. Darum, ich gehöre ja zu dieser Gruppe, die einen Prozess eingereicht hat, um die israelische Regierung zu zwingen, in unserer Personalbeschreibung einzutragen, nicht Nation jüdisch, sondern Nation israelisch. Und für mich ist das ein ganz zentraler Punkt meiner Weltauffassung. Wir sind eine neue Nation, wir sind eine hebräische, israelische Nation hier im Lande. Wir gehören zum jüdischen Volk, natürlich, genauso wie Kanada oder Australien zum anglosächsischen Volk gehört, aber sie sind neue Nationen mit ihrer eigenen geopolitischen Situation, mit ihrer eigenen Entwicklung, und das sind wir Israelis auch. Und nur das ermöglicht eigentlich auch einen Staat, in dem arabischstämmige Menschen genauso gleichberechtigt leben können wie jüdischstämmige Menschen. Absolut, ja. Wenn sie sagen, wir sind ein israelischer Staat und nicht ein jüdischer Staat. Absolut, ja. Ich bin im Begriff, ich hege die Idee, einen Wettbewerb. Auszuschreiben? Ja. Einen Wettbewerb für eine neue Nationalfahne und eine neue Nationalhymne. Denn die Fahne, die wir haben, ist eine jüdische Fahne, an der sich kein Araber begeistern kann. Und unsere Nationalhymne, ein rein jüdischer Text, den kein Araber mit gutem Gewissen singen kann. Und wenn Kanada die englische Fahne abgeschafft hat, eine kanadische Fahne erfunden hat, mit der sich französische und englische Kanadier identifizieren können, dann müssen wir das auch tun. Jenseits aller Probleme, die wir besprochen haben, besteht die Grundfrage, was sind wir eigentlich? Was ist Israel und was sind wir Israelis? Und die wirkliche tiefste Debatte über unsere Zukunft betrifft diese Punkte? Sind wir ein Staat Israel, ein israelischer Staat mit einer israelischen Nation? Oder sind wir ein Israel, das ist ein jüdischer Staat, das dem Weltjudentum gehört, an dem Nichtjuden keinen Anteil haben, in dem Nichtjuden eine demografische Gefahr sind? Und das ist im Grunde unser täglicher Kampf, ein Kampf um Israel. Noch bevor es ein Kampf um den Frieden ist. der Frieden mit der arabischen Welt ist im Grunde eine Abschlussveranstaltung für den inneren Frieden. Genau. Heute im Gespräch hörten Sie Renata Schmidkunz mit dem israelischen Journalisten, Friedensaktivisten und Schriftsteller Uri Avneri. Die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2008 anlässlich des Todes Uri Avneris vergangenen Montag. Sein jüngstes auch auf Deutsch erhältliches Buch und Setzet ihr nicht das Leben ein Texte zur Person von und über Uri Avneri erschien 2017 in der Übersetzung von Ingrid von Heiseler. Eine ausführliche Literaturliste erhalten Sie beim Ö1-Service. Kommenden Donnerstag um 21 Uhr hören Sie in den Sommerreprisen Peter Huema im Gespräch mit Marianne Koch, Filmstar und Ärztin aus dem Jahr 2002. Im Gespräch jeden Donnerstag um 21 Uhr und jeden Freitag um 16.05 Uhr in Ihrem Kultursender Ö1.